Hallo zusammen, ihr zwei macht heute mit uns eine Lagerplatztour, Roomtour. Wie heisst ihr? Also ich bin Albin und ich bin Kim. Also da sind jetzt die Velosteine und alles und da hinten ist die Küche, sie machen alles auf dem Feuer. Also wir stehen jetzt hier vor dem Essenszelt. Da können wir immer so feines Essen rüber. Da sind jetzt drei Mädchen und ein Junge am Malen. Und was malen jetzt hier? Sie malen ein langsames Zelt, also eine langsame Tafeln, wo man langsam fahren sollte. Das sind jetzt die Gänse, die wir gerade haben, da neben dem Essenszelt. Dort hinten ist dann noch der Peter, der Fritz und noch ganz viele andere. Haben alle 300 Gänse einen Namen? Ja, alle haben einen Namen. Sollen die alle mal aufzählen? Nein. In einem Moderationsteam würde ich hier jetzt durch die schöne Ordnung durchkämpfen. Kim, lauf voraus. Also wir stehen hier jetzt im Zelt zwei bei den Mädchen. Unartliche Mädchen. Ja, allerdings. Und ja, wir zeigen euch jetzt mal unser Zelt. Auch sehr unartlich. Zeigst du so ein Zelt? Ja. Unartlich? Genau. Aber ja, egal. Der Preis kann man meinen über den Ende der Woche. Aha. Übrigens, es schlafen hier glaube ich nie Personen. Also mit dir. Mit mir sind es nie Personen. Also wir sind jetzt hier gerade im Oasenzelt. Und ja, es ist hier halt wie eine Oase. Sehr heiß. Zufälligerweise es heisst ja auch Oasenzelt. Und ähm, wie mir da auch gesagt, wir wachsen da auch sehr wenig Blätter. Die meisten davon sind schon vertrocknet. Was kann man denn da machen? Äh, genau. Da innen kann man. Da innen. Warte, komm, ich frage gerade mal jemanden, der da gerade im Oasenzelt ist. Oh, Raphael, was machst du da? Ja. Man kann da Mandeln malen, man kann da schielen, man kann da schlafen. Aber es ist mega heiss. Also, wie ich schon vorher gesagt habe, hat einer Oasenz, oder? Ja. Genau. Genau. Kann man wirklich einfach alles machen eigentlich. Ja. Man muss einfach wieder aufräumen. Ja. Also, jetzt habe ich eine Frage, Alessio. Wer magst du grüssen? Jetzt kann man, jetzt kann man ein Team. Ich weiß was. Ich weiß was. Ich weiß was. Meine Märes auch. Philipp bestellt mich einfach gerne. Kann ich sagen, was ich mag. Also, das wäre es dann auch schon gewesen. Ähm, danke fürs Zuschauen und bis ein anderes Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.